1 2 3 da ab dass ich oben drauf und das kann da habe ich gewartet Prozent wenn man einen von ihnen ausschalten vor Ort das lebt gerade bei mir ja aber auch ich bin das schein in der Gruppe zu sein wenn die alle gleichzeitig explodieren aber irgendwann hat keinen Schaden, irgendwie ist er mehr schlau Ja, ein bisschen Schaden macht das schon Ja, aber das Gute ist, mein Schild regeneriert sich meistens wieder Ja, die Ultis machen gut Schaden Problem für die Munition, ja das ist super, tatsächlich Aber wie kann man die Puppe nicht zerschießen? Doch, kannst du Ah, das ist auch immer das Wort gerade, das hat viel Schaden gemacht Ja, aber der hat eine ganz komische Attacke, die macht Schaden Ah, hier ist ein Mini-Ding, das ist gut Neue Stärke Ja, das ist unglaublich Boah, ein schönes Effektfeuerwerk hier Hey, was macht er denn jetzt? So, wir haben die erste Snatch aufgeschossen Ja Na, jetzt kommen erst mal Mini-Mies Voll aufs Fressbrett War das zu viel für dich? Glaubst du, du bist besser als ich? So auch mal Autsch Autsch Genau Wann hat er denn? Wann hat er denn, wann hat er denn? Das geht gut Du kannst nicht bei mir weglaufen ich bin es ist der eine Lärm dass man die Städte wir haben auch ein Traumfüpf das macht uns nun aber irgendwie droppt der auch Ammo das ist das Bude Wir haben es fast geschafft! Lass mich nicht im Stichteil! Oh, in der nächsten Runde kriegt er mal ein paar Hartgranaten von mir hören. Oh, ganz schön was los hier! Autsch! Da kommt er wieder! Okay, wenn er nicht anspricht, dann kommt er an! Ja! Ich bin unaufhaltsam! Die Abgranaten sind nicht richtig geil! Gleich haben wir Stufe 2! Wie ist das auch nicht? Nicht auf mich! Gar nicht erlaubt! Wir sollten jetzt nicht nebeneinander stellen, bitte! Ja, ja, ich lauf auch früher weg! Ey, schicht die Olle auch noch auf mich! Mach weiter! Die Einscheidquote geht durch die Decke! Fache, es jagen sich echt zu lassen! Zu spät kann man nicht! Das war's! Tuch! Elpis ist gelabt! Das war's! Ach Gott! Ich bin hier hier! Ich bin hier hier! Das können sie hier auch noch mal so Kleinkram. So Muni und so aufsammeln. Hör auf! Du wirst dich umbringen! Kannst du knicken! Hier, du stehst schon wieder neben mir. Ja, ich lasse mir nur in den Kreis. Brauchst du nicht, du kannst auf einer Stelle stehen bleiben. Nur nicht gerade, wenn der mir liegt. Wow! Ja, ich ging unter eigentlich nicht. Geh mir auf Duklu. Na wie wär's! Die können ansaute hoch. Das sind gleich an. Wir haben ihn. Der ist auch noch nicht. Nein, das ist nicht so leer! Zu spät Kammerdieb! Sooo... Puh! Wir... Wir hatten es fast... Was ist jetzt passiert? S-Sind Sie tot? Maya... Diese Kräfte gehörten nie wirklich, Troy. Und jetzt sind sie bei der wahren Besitzerin. Maya hatte das alles geplant. Wie stehen dir, Ava? Aber... Was ist mit dir? Es ist vorbei. Nur das zählt. Ja... Wow... Schau! Wunderschön! Angsteinflößend, aber wunderschön! Gut, es gibt ja noch eine Kamera zur Öffnung. Hier, Ava. Nimm du ihn! Und? Wo willst du jetzt hin? Was zum Teufel? Du hast es geschafft, Troy. Lass es uns gemeinsam beenden. Könnt ihr das auch spüren? Unter uns erwacht ein Gott, dem wir die Ketten abnahmen. Bald wird der Zerstörer frei sein. Und mit seiner Kraft werde ich der einzige Stern am Himmel sein. Ah! 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 Wir sind live! Na ja, die nicht. Die sind super tot. Oh, ihr dachtet, dass ihr gew- Und dann hätte ich ihn irgendwo mal hier. Das wäre das nächste Mal wäre. Und dann wäre das sehr gut. Vielen Dank.